auch jetzt schon Level 62 wenn das ganze Welt Akte was so weiter mit dem Geld vorliegt und Alter, wie die alle dann wegschwimmen! Alter, wo bist du denn? Da kann man so anders sein. Alter, warum trennen wir uns immer? Sumpf Gator, es gab tatsächlich was Neues bei Da wäre auch kein Springer, wie du so lange hast. Beschwört den Sumpf Gator. Aha. Schreibt gleich, wenn der Gegner drauf ist. So, jetzt lass mich jetzt mal kurz da gucken, weil... Ja, siehst du, hier sind Sachen. Ruten Schreien, den ich nicht bekommen habe. Danke. Der war schon alle. Ja, 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 ja. Erhebe mich. Okay, Triebsgreiber sieht gut aus. Mhm. So. Klingt fast wie... Trieb... Trieb... Trieb-Täter. Oh, der Trieb-Täter. Genau. Oh! What the fuck? Oh, der Trieb-Täter. Der Trieb-Täter wird auch weniger. Mal mal platzieren. Wenn innerhalb von Gegner ein Gegner einer von 20 Metern stirbt, erhaltet ihr 1% eures maximalen Lebens- und Marnach und die Abklängezeit aller eurer Fertigkeiten wird um eine Sekunde reduziert. Okay. Das heißt, wenn 5 Gegner in der Nähe sind, wird meine Abklängezeit um 5 Sekunden reduziert. Das ist auch. Okay. Und sorry für das Schwarzbild, wenn es gerade das Schwarzbild war. Äh, ich habe gerade auf, äh, die Windows-Taste gedrückt. Amon war voll. Hat keiner gesehen. Jetzt mache ich 107... Hey, warum mache ich so viel Schaden auf einmal? Wie viel macht ihr? 127.000! Scheiße. Gibt sie hier? 134.000! What the fuck? Hä? Ich glaube, weil ich neue Rüstungsteile angezogen habe. Alter. Und jetzt 108.000! Okay. Irgendwas war da gerade. Acht... Warte mal. Acht Angriffsgeschwähigkeiten waren erhöht. Ja, ja, okay. Ah, ja. 76.000 noch mal, weil ich sehe gerade, hä? Ja, ähm... Hab ich also den Schrein doch gekriegt? Ja, anscheinend doch, weil du auch noch mal so einen Unterschied hast. Mach 76.000, ich sehe. Om! Den finde ich cool. Ich mache relativ selten meine, äh, meine Scham... äh, meine... Ich nenne die jetzt einfach Schamaran, das so. Hachibuchis. 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 Meine Hachibuchis. Halt! Das kann ich... Oh, jetzt habe ich sie aber gemacht. Alter, zwei Stück! Scheiße, irgendein Gegner, ich treffe irgendwie. Juhu! Ich konnte gerade dauerhaft meinen Alligator machen. Genau. Ich konnte gerade dauerhaft meinen Alligator machen. Ich habe es gesehen. Es waren aber auch gerade richtig viele. 78. Oh. Alter, 81. Massaker. Brutales Massaker. Okay. Das war aber ganz schön groß hier, diesmal. Ist doch immer so groß hier. Ja? Ich mache einen Wirbelsturm. Ach, hier, guck mal, da ist es. Ja, eben. Oh. Oh, hier. Da habe ich wieder meine Kopfhörer von meinem Kopf genießt. Om, om. Man merkt, deine Abklingzeit ist echt krass. Ja, probiert aber eigentlich nicht, ich komme hier hin, glaube ich. Nicht von mir nur, es kommt mir viel mehr. Probiert, probiert. Pro-Gegner. Kosmische Hände, Alter. Ich habe mal gewiesen, komische Hände. Ja, die habe ich auch. Deswegen gebe ich dir auch nie die Hand. Alter. Alter. Du hast ja nur noch umgeleckert. Äh, das ist eine gute, unabsichtliche Bombo. Das muss auch mal sein. Oh. Ja, was ist hier da? Meine Schamade. Meine Ulu-Malulus. Okay. Oh Gott, was ist denn hier los? Am. 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 Ja, ich sage ja was. Es ist, wenn dann, ist es immer besser. Am. Wenn wir her startieren, so ab Level 60, wird es geiler. Weil da halt krasse Sachen kommen. Alter. Komplett verschluckt, wie her startieren wir. Wacker hat er die Schichtermache. Den habe ich aber voll. Hier ist übrigens ein blauer, ne? Fine. Hatte. Alter, ich habe nur ordentlich gezogen. Ich habe hier einen Mojo. Und noch einen Mojo. Kannst du alles nochmal nennen brauchen? Ähm. Ähm. Nö, 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 nö. 11.000 Schaden war jetzt. Ein Schadensteil. Ja, weil ich immer mehr neue Sachen bekomme. Alter, der erzählt, dass da immer neue Sachen kriegt. Ja, ist so. Wunderschön, ne? Neue Sachen mehr Schaden. Dann habe ich das Gefühl, dass du mal eine Sachen mitbrust. Weil ich kriege nichts, was mir weitergeht. Nichts, ne? Ich kriege wirklich gar nichts. Hier ist nichts, was mir irgendwie so, hm, okay, könnte man so sein, nö, gar nichts. Vielleicht ist meine Ausrüstung einfach nur zu schlecht. Nee, du machst da schon die ganze Zeit hier neue Sachen. Ja, deswegen ja. Also, das ist... Nö, nö, nö. Nö, nö. Alter, meine ganzen Geister. Ich mach jetzt. Die ganzen blauen Lichter, die in den Himmel steigen. Das ist so krass. Heimsuchung ist so mega. Das ist so deinkötig. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Reel, bis dann erinnert. Also, dann kann ich die Blöden kommen. Naja, das Areator, oh. Alter, noch ein Mojo gefunden. Dann kam er ja den runtergestratzt, ey. Mal noch was. So, goldene Junge. Ne. Jujuuu. Schade, Alter. Verlehe ich Leben, verlehe ich Leben pro Treffer, aber 6% mehr Schaden, ne, das war halt nicht. Leben ist wichtig, Leben pro Treffer ist wichtig. Was soll ich mit 1000 Dornen schaden? Bei ner Waffe. Gnomm. Oh, hier gibt's Vogel. Geh Wesen. Alter, ich seh aber auch aus wie ein Vogel. Wissen Vogel. noch operiert Yea und du hast Segelohren Alter ich finde am besten Scheiß wie heißt der Tier Armbrüste und so was Alter, wie zu bochern oder selbst ja das ist etsy au au um das sieht jetzt echt ultra cool ok oh eeeeh ich bin schon wieder voll ich bin schon wieder voll ich bin schon wieder ähm ähm Oh, scheiße. Oh, scheiße. Weg, 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 weg. Oh, scheiße. Warte mal, brauchst du den dringend nicht für den? Guck ich gleich. Und, zack, ein Marquise. Jetzt mache ich 112, was? 112 Schaden? 112.000 Schaden? Es hat aber wenig gebracht. Oh, gar nicht mal so schlecht. Jetzt mache ich 103.000 Schaden, was? Ja, mal so, mal so. Ach ja. Der Ring. Der Ring! Der Algo. Der Pinsel, der da. Ihhh! Die sehen doch einleitig aus, die da immer mal, oder? Versporen! Fisch-bohnen. Ehh! Ehh, eh, 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 eh. Herrlich, das gefällt mir. UEM! dass man die falschen das sind die verspauen die andere das trebuchet Ich glaube sie ist schon platt oh Alter wie sich die Zombie äh äh Ranspringen da zu hart Machen wir hier die Höhle oder? Ja was weiß ich, die Spur mit Uh die Viecher einfach in den Wacken springen Blöd rüber Kristall Blöd rüber Kristall Blöd rüber Kristall Blöd rüber Oh 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 NOM Füre Zompy Fischel noch nicht bereit rennt der Stil genau noch mit Zombie-Fischer rein Fliegenfutter Alter, was ist denn hier passiert? Gold 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 Alter, alles hinterlässt jetzt ein trugisches Teil hier. Ist das gut? Und rüber? Oh, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich bin ein Zombie-Fische. Oh, hast du auch wieder Zombie gemacht? Ja. Ich bin jener oder der anderen trotzdem drüber. Ja, drüber ist auch gut. Ich bin die Zombie-Fücher, wenn du auch die Wechsel bist. Oh. Oh, doch. Knabber, 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 knabber. Alter. Also früher war mal Huber so stark, dass wir uns nicht hauen konnten. Ich bedenke, dass das eine, eine, ähm, hier, keine Offensiv. Und das so passt. Matthias Yung! Boah, das war knapp. Oh ja, das wird nix, schade. Letzte haben wir verkackt. Was ist das? Oh, ist das ein... Ich glaube, ich habe hier Obsidian-Durchmesser. Ist das hier so ein Dings? Transmorphic, ja. Ne, habe ich auch schon gemacht. Sieht ja mal geil aus. Ja, das ist halt so ein Zeremonienmesser. Das nächste Piranha-Dings finde ich sehr interessant. Weiter. Ich denke, macht mal echt wenig Schaden. Ist einfach ehrlich so. Also mit 76.000, mit 79.000, macht immer noch gefühlig 80.000 weniger als vorher. Echt heftig. Ja, aber es ist immer noch eine... Wie gesagt, das ist ja so eine Unterstützungs-Klasse, ja. Naja... Keine Offensiv-Klasse. Ein Fisch ist mehr nur auf dem Südklasse. Und wir irgendwie unterstützen die da. Mit Giften? Naja. Mit Giften und Beschwörung. so richtig Unterstützer gibt es eigentlich gar nicht zertifizierte bei alle irgendwie unterstützen oder nicht naja ein Barbar eher weniger er hat auch seine Buffs ja aber die auch für andere was bringen? ja ja so gut oder so gut weißhaar schmal Blasohr so was habe ich da wieder gefunden? äh next rudus ok naja stimmt oh alter ist auch eine sehr schwere Klasse ja aber irgendwie so gut fühlt bin ich so extrem geschwächer obwohl ich auch 80.000 Schaden mache also ich kann mich nicht erinnern dass wir jetzt so lange gebraucht haben damals wenn man die ganze Zeit kaputt war das ist halt übel naja aber mit Level 70 da werden wir schon eben auf 300.000 bestimmt aufkommen ja ich muss jetzt auch ausmachen meine Junge doch ja ach ich muss zurückkehren und sicherlich einkaufen ach ist gut ich habe nichts mehr zu trinken das ist hart ich habe heute nur Leidungswasser getrunken das ist echt ekelhaft du musst auch killen ja ja krass ich habe wieder einen Motor gekauft Prozent Prozent um wir verliebt wieder ohne Ende Leben und trotzdem lange Piranhas wird sogar erwirrt. Nice. Toll, meine Hose hat keine Sockel. Mache ich jetzt nur 96.000 Schaden. Ich verliere immer mehr Schaden hier. Oh Gott, meine ganzen Seiten. Ein halbes Kistenfach voll. Das ist ein Mod-Modd-Modd-Modd-Modd-Modd-Modd-Modd-Modd-Modd-Modd. So muss das sein. Du älger Harry, Wandd. ich habe immer der trugen gürtel das mir fast überall plus gibt ein verbündeter ist für stufe 51 ich habe einen gürtel mit stufe 57 an würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge